Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Terrain-Tool und ähnliches Tutorial. Heute geht es mal um die Texturen, die wir auf das Terrain drauf machen. Zuallererst, was sind genau Texturen? Texturen sind einfach zweidimensionale Bilder, die wir direkt auf unser Terrain drauf machen können und einfach halt Farben und ähnliches geben können. Diese zweidimensionalen Bilder sollten am besten irgendwas Einfaches sein, sowas wie PNG oder JPEG, irgendwas so in der Richtung. PNG ist wahrscheinlich so das Einfachste, also dieses Bildformat ist wahrscheinlich das Sinnvollste, was ihr nutzen könnt. Ja, das könnt ihr ziemlich einfach erstellen über GIMP oder ähnliches. Ich nehme jetzt mal was ganz Einfaches. Ich habe hier drei Bildchen, die habe ich hier fix mal in GIMP erstellt. Das sind wirklich nur eine Farbe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir diese Farbe jetzt sinnvoll auf unser Terrain? Dafür gehen wir hier auf diesen kleinen Pinsel, gehen auf Texture Paint und hier, das solltet ihr nicht da haben. Das habe ich gerade eben hingesetzt. Ich möchte jetzt ein neues Layer kreieren. Und dafür gehen wir halt hier ganz normal auf Edit Terrain Layers und nehmen Gras. Okay, das ist jetzt das eine Gras, was ich hier gemacht habe. Da wird hier dann genauso wie die Terrain Daten einfach ein neues Layer erstellt. Und wir haben somit einfach ein Terrain komplett eingefärbt mit dieser Farbe, die wir hier halt eingesetzt haben. Das ist an sich ganz nett und so, aber es ist ja noch nicht das, was wir genau haben wollen. Wir wollen ja schon ein bisschen was unterschiedliches, also nicht nur eine Farbe, sondern ein bisschen mehr. Also erstellen wir ein weiteres Layer. Hier nehmen wir jetzt einfach Gras 2, Doppelklick drauf. Wir wählen das aus. Jetzt können wir hier wieder mit der Brush Size und so weiter ein bisschen arbeiten und können hier einfach so ein bisschen drauf rummalen. Hier sieht man schon, ich bin über diese Nachbarn drüber gegangen, was dazu führte, dass sie automatisch auch die Grundtextur bekommen. Also nicht die Grundtextur, sondern das Layer, womit ich sie gerade bemalt habe. Wenn ich jetzt hier nochmal drüber gehe, da wird das dann heller. Und ja, dann fangen die halt an, sich langsam zu bemalen. Ist eigentlich ganz lustig, dass das direkt so funktioniert, aber das war jetzt nicht das, was ich unbedingt zeigen wollte. Hauptsächlich können wir jetzt so viele Layers erstellen, wie wir halt wollen. Jetzt nehmen wir hier das, können hier dann noch so ein bisschen dunkel rummalen. Hier gilt einfach genau dasselbe Prinzip wie bei unseren Rise oder Lower Terrain. Einfach ein bisschen mit den Pinseln rumspielen. Man kann auch ein bisschen andere Pinsel verwenden und dann hier lustige Farben, äh Quatsch, Formen mit draufsetzen. Ist ganz witzig. Und so können wir unsere Umgebung einfach ein bisschen anmalen. Gut, das ist an sich schon mal schön und gut. Das einzige Problem bei der Sache ist, es sieht noch nicht nach sehr viel aus. Man kann das vielleicht für irgendwas Low-Poly-mäßiges machen. Ist vielleicht da nicht ganz falsch. Aber, ähm, wenn man jetzt irgendwas richtig schön aussehendes machen möchte, sollte man natürlich irgendwo sich Texturen besorgen. Oder halt selber machen. Aber das ist halt ziemlich aufwendig. Deswegen, für die meisten ist es wahrscheinlich einfacher, sie irgendwo zu besorgen. Ähm, wenn ihr das selber machen wollt, solltet ihr mit sowas wie Photoshop sehr gut umgehen können, damit ihr dann halt Bilder von irgendwelchen, ja, größeren Grasflächen oder sowas ordentlich bearbeiten könnt. So, dass sie dann halt ein gutes Abbild abgeben und ihr das hier draufsetzen könnt. Ich habe jetzt einfach mal hier im Asset Store nachgeschaut, was es so kostenloses an Texturen gibt. Hier gibt es einfach Terran Textures. Ähm, Link setze ich auch in die Beschreibung. Und, ähm, ja, die habe ich einfach mal runtergeladen. Und, wo kommen wir dann hin? Wir haben dann hier einfach so einen Ordner und da sind diese Texturen drin. Ihr seht hier schon, hier sind auch sogenannte Normal Maps mit drin. Das bedeutet, dass wir dann einfach noch so ein bisschen 3D-Feeling mit in diese Texturen reinbekommen. Da ist nur die Frage, wie macht man das genau? Ich nehme jetzt einfach mal hier die Layers wieder raus. Wir machen einfach Remove. Remove. Und Remove. So, dann haben wir wieder hier komplett frei von allem anderen. Ich nehme mal hier ganz kurz die ganzen Nachbarn weg. Die stören ein wenig. Und, äh, jetzt gucken wir uns das mal an, wie wir am besten so eine Textur mit Normal Map auf das Ganze draufbekommen. Da machen wir es ganz einfach. Wir erstellen ein neues Layer. Dieses Layer nehmen wir jetzt einfach hier diese Gras, äh, UV-01-Textur. Und die sieht schon mal, äh, nicht so geil aus, wenn die hier drauf ist. Wir schauen uns das hier mal ein bisschen näher an. Das ist, naja, halt einfach nicht sehr schön. Wir können auch mal ein bisschen hier nachschauen. Das wiederholt sich halt so richtig extrem. Und vor allen Dingen ist da noch keine Normal Map drauf. Wie können wir das also ändern? Wir gehen hier auf dieses Layer und gehen einfach auf Open. So haben wir jetzt kompletten Zugriff auf dieses Layer. Wir könnten natürlich auch einfach hier auf Layer klicken und Doppelklick und dann macht sich das auch auf. Und hier steht schon Normal Map. Also nehmen wir die Normal Map von diesem Gras und ziehen das dort rein. Das könnt ihr natürlich auch mit euren ganz normalen Texturen machen, wenn ihr da eine Normal Map so habt. Und hier seht ihr schon, es hat sich ein bisschen was getan. Wir nehmen das hier nochmal. Gehen hier nochmal auf None. Und dann, ihr seht, das ist schon ein immenser Unterschied. Da wird das halt hier so ein bisschen hervorgehoben. Und das ist schon eigentlich ziemlich cool. Das könnt ihr dann noch ein bisschen rumspielen, ein bisschen stärker, ein bisschen weniger machen, je nachdem wie ihr es haben wollt. 1 ist eigentlich so ein ziemlich guter Wert. Ist meistens so Standard für die Normal Maps. Könnt ihr dann so lassen. Gut, jetzt ist das einzige Problem, dass es immer noch halt so sehr wiederholend ist. Wie können wir das also ändern? Wir gehen einfach zur Size vom Tiling Settings. Ein Teil ist halt ein, so ein Viereck. Und diese Vierecke müssen wir jetzt einfach nur ein Stück vergrößern. Wir machen also von 2 auf 10 mal 10. Und schon sieht das Ganze wesentlich anders aus. Es sieht nicht mehr ganz so krass aus, dass es sich so extrem wiederholt. Und wenn ihr weiter rauszoomt, dann seht ihr, es wiederholt sich. Ja, aber es ist nicht mehr so extrem. Und je nachdem, wie detailgenau eure Texturen sind, desto extremer könnt ihr das hier auch größer stellen. Wir können das jetzt auch mal auf 100 machen. Einfach 100, 100. Da habt ihr jetzt nur das Problem, dass die Grashalme ungefähr so groß wie Menschen sind. Das ist vielleicht nicht ganz so geil. Aber zumindest wiederholt es sich nicht sehr häufig. Das heißt, ihr könnt das so machen, wenn ihr sehr, sehr nahe, sehr, sehr krasse Nahaufnahmen machen möchtet. Dann sieht das gut aus. Aber wenn ihr es nicht haben wollt, dann geht lieber auf 10 zu 10. Und versucht, wenn ihr quadratische Texturen habt, auch wirklich das quadratisch zu machen, dass beide Seitenlängen einfach gleich sind. Weil ansonsten könnte das etwas unschön werden. Gut, da wäre das erstmal gezeigt. Und wir können jetzt einfach hier wieder ein neues Layer erstellen. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier, Ground Dry. Ich glaube, das ist das hier. Und dann machen wir das auf. Open. Und fügen dort natürlich noch unsere Normal Map ein. Setzen das auch auf 10 mal 10. Und können jetzt damit rummalen. Das heißt, wir können hier jetzt einfach anfangen, dort ein wenig Ground mit einzufügen. Ihr seht hier schon, da glitzert es ein bisschen. Das liegt daran, dass anscheinend dort ein wenig mit Licht gearbeitet wurde, sodass es so ein bisschen reflektiert. Und da können wir einfach mal hier auf Open gehen. Das liegt anscheinend direkt an der Normal Map. Die ist so gemacht. Wir können da auch so ein bisschen die Specular noch mal runterdrehen. Wobei die eigentlich schon auf 0 ist. Das ist halt die Textur, die ist so gemacht. Aber es sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und die Übergänge sind auch sehr, sehr schön. Und wenn wir jetzt hier einfach mal ein bisschen die Opacity runterstellen. Und vielleicht auch die Brush Size. Können wir hier jetzt so ein bisschen nachbearbeiten. Die Opacity ist immer noch zu hoch. Dann können wir hier so ein bisschen den Übergang machen. Sodass das dann langsam von unserem dunklen Bereich in den helleren Bereich übergeht. Und dann langsam hier ins Gras. Ja, genau so will man das dann auch haben. Und dann könnte man hier noch so ein bisschen drüber gehen. Und das mit dem Glitzern. Das ist halt die Texturen. Das ist relativ normal. Kann mal passieren. Ja, und das ist eigentlich erstmal alles, was man zum Thema Texturen auf Terrans wissen sollte. Wie man erstmal die hinzufügt. Wie man sie auf das Terran draufmalt. Wie man vor allen Dingen hochwertige Texturen wie diese hier ziemlich einfach als Layer mit einfügt. Hier können wir jetzt nochmal ein anderes ausprobieren. Wir nehmen einfach mal dieses Groundstone. So, öffnen das Ganze. Kriegt das auch noch das hier. Und dann müssen wir ein bisschen höhere Opacity nehmen. Können hier noch einen Weg reinbauen. Da sehen wir schon wieder viel zu klein die Teils. Das ist jetzt auch mal ein bisschen höher. Und jetzt können wir uns das hier anschauen. Und ja, da sehen wir auch schon wieder, die Teils können auch wesentlich größer sein. Wir machen mal 30 zu 30. Und da sieht das auch wesentlich besser aus. Ihr könnt dann halt einfach mit den Größen etwas rumspielen. Das hilft enorm. Und vor allen Dingen, wenn ihr sehr viel unterschiedliche Größen habt. Dann sieht das Ganze auch etwas realistischer aus. Also versucht da nicht immer nur einheitliche Größen zu nutzen. Macht ruhig mal hier und da noch ein Layer, wo es ein bisschen anders aussieht. Hier haben wir jetzt einfach so einen Schlammweg, der sich hier durch das Gebirge durchzieht. Und genau so könnt ihr das einfach machen. Wie gesagt, ich stelle euch das Asset in die Beschreibung. Und da könnt ihr euch das einfach runterziehen. Könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie das Ganze mit den Layern funktioniert. Und genauso könnt ihr halt natürlich eure eigenen Texturen genauso erstellen. Wenn ihr halt so etwas Komplexes euch abfotografiert oder ähnliches. Ihr könnt das auch einfach mal versuchen. Ihr nehmt euch einfach ein Fotoapparat oder ein sehr, sehr gutes Foto-Handy. Und geht nach draußen. Fotografiert den Asphalt. Und dann versucht ihr daraus eine Normal-Map zu erstellen. Oder halt ohne Normal-Map. Könnt ihr es auch erstmal probieren. Und einfach ein rechteckiges Bild herauszunehmen. Wie gesagt, eine PNG ist wahrscheinlich somit das Beste. Macht es aber schön hochauflösend. Damit das halbwegs gut aussieht. Und zieht das auf euer Terran drauf. Ihr könnt auch jederzeit im Discord bei mir natürlich nachfragen. Ob da irgendwie vielleicht noch was anderes geht. Ich bin immer für Fragen da. Ihr könnt auch gerne einfach in die Kommentare schreiben. Lasst ein Like da. Abonniert auch gerne den Kanal. Ich bring fast täglich Videos raus. Na gut, fünfmal die Woche. Aber das ist ja schon fast täglich. Und natürlich Stream gibt es auch jede Woche. Sowohl mittwochs als auch samstags. Okay, fast jede Woche. Ab und an klappt es auch mal nicht. Aber ich versuche das immer möglichst zweimal die Woche zu machen. Ja, und ich hoffe, ihr lernt ein wenig mehr dabei. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Gut, dann bis zum nächsten Mal.